Die Welt hat sich weiter gedreht. Ein Pockenvirus hat einen Großteil der Bevölkerung ausgelöscht. Alles begann in Manhattan. Jetzt herrscht Karos in den Straßen des Big Apple. Die alten Gesetze sind Vergangenheit. Neue Gangs kämpfen um ihr Territorium. Ihre Beute sind die Schwachen. Wenn sich staatliche Strukturen auflösen, dann lösen sich ja somit ganze Normgefüge auf. Das wird, wenn so Strukturen zusammenbrechen, möglicherweise dann zu Normüberschreitungen kommen. Aber auch ganz sicher werden neue Normen verhandelt werden müssen. Erstmal führt es zu großer Unsicherheit. Normen und Regeln haben ja die Funktion, dass sie für uns im Alltag Unsicherheit reduzieren. Wir wissen vor allem, wie sich andere Menschen verhalten werden in Situationen. Wenn nun die Situationen ganz neu sind und Normen nicht mehr Anwendung finden, wissen wir nicht, wie sich die Menschen verhalten. Wenn wir uns daran gewöhnen, Normen zu brechen, das immer wieder machen, in verschiedensten Situationen, dann kann das so eine Eskalation der Normbrüche nach sich ziehen. Ich denke, für eine echte Person wäre es sehr schrecklich. Ich denke, die Umstände des Spiels würden sehr schrecklich sein. Wozu es auf jeden Fall kommen wird, wahrscheinlich ist es so eine Zunahme von posttraumatischen Belastungsstörungen. Das eine ist, dass man immer wieder einen Teil des Ereignisses, das das Trauma ausgelöst hat, wiedererlebt. Das sind die sogenannten Flashbacks, kommen da zum Beispiel vor, dass man sich also dann wieder wie in dieser Situation befindet. Das ist in so einer Situation auch eine große Gefahrensituation. Wenn jemand sich plötzlich in einem unbekannten Terrain bewegt und dann zum Beispiel so einen Flashback erlebt, dann unterbricht er seine momentane Handlung und ist natürlich einer größeren Gefährdung ausgesetzt. Was passiert zu Menschen, wenn sie unter Extrems von psychologischen Pressuren sind? Manche Menschen werden sehr altruistisch und versuchen, andere Menschen zu helfen und sich selbst für andere Menschen zu verabschieden. Und andere Menschen sehen sie es als eine große Möglichkeit, sich anzunehmen, sich mehr Kraft und mehr Gewalt aufzunehmen, oder sich andere Menschen für ihre eigenen Vorteile zu verabschieden. Eine Situation, wie sie jederzeit überall auf der Welt passieren kann. Deutschland 1933. Die Demokratie der Weimarer Republik bröckelt. Seit vier Jahren gibt es keine parlamentarische Mehrheit mehr. Im Land brodelt es. Über sechs Millionen Menschen haben keine Arbeit. Die Folge? Diktatur und Terror gegen Andersdenkende. Die sogenannte Schutzstaffel übernimmt den Polizeidienst der NSDAP. Ganz wichtig an der Stelle, dass sich ganz normale Menschen, also nicht psychisch kranke Menschen, nur diesen Gruppierungen angeschlossen haben. Das war eine Situation in Deutschland, in der sehr viele Menschen aufgrund von Arbeitslosigkeit, von wirtschaftlicher Armut wenig Bedeutung hatten, wenig erreichen konnten. Und plötzlich wurde ihnen sozusagen eine Lösung vorgeschlagen. Hier ist die Lösung, wie du mehr werden kannst, wie du vielleicht auch Macht erleben kannst, wie du deine Bedürfnisse erfüllen kannst. Und da wage ich die Hypothese, dass es bei uns, trotz dieser Erfahrung, nicht zwingend ganz anders wäre, wenn wir in so einer vergleichbaren, ähnlich starken Situation sind. Seit Beginn der Menschheitsgeschichte gibt es kontrollierte Gebiete. Fast immer sind sie unter erheblichem Gewalteinsatz entstanden. Doch jedes Reich lässt sich irgendwann wieder auf. Und die Situation gerät vorübergehend außer Kontrolle. Lernt die Menschheit dazu oder bleiben gewisse Verhaltensmuster immer gleich? Häufig sind das ja sehr fundamentale Bedürfnisse. Bedürfnisse nach Schutz, nach Macht, nach Bedeutung. Und diese Bedürfnisse haben sich nicht zwangsweise verändert durch all die Jahre. Wir befriedigen sie in unserer heutigen Gesellschaft anders. Wenn mir doch jetzt diese Bedürfnisbefriedigung nicht mehr möglich ist anzunehmen, dass wir uns auch wieder andere Wege suchen. Man kann sich auch vorstellen, sich einzelne Gruppen stärker radikalisieren, die von diesen grundsätzlichen Bedürfnissen und der Befriedigung dieser Bedürfnisse ganz ausgeschlossen sind. Und das ist eine Gefahr für auch unsere Gesellschaft. Im Spiel The Division gleicht Manhattan der Hölle auf Erden. Mehrere Gruppierungen haben sich gebildet. Jede verfolgt ihr eigenes Ziel. Die Menschen sind die Menschen für ihre eigene Gelegenheit. Sie sind auf der brutalen Seite der average Person. Sie sind nicht so altruistisch oder zusammengezogen, sondern sie sind in einer anderen Seite für ihre Gelegenheit. Sie sind die Menschen, die Menschen in der Straße zu lösen. Sie werden die Menschen in der Straße zu tun. Sie werden die Menschen in der Straße zu tun. Sie werden die Geld aus einem Kindes Hand. Sie sind die Menschen, die ich denke, sind überall. Sie sind auf der Welt. Wir haben eine Gang, die Rikers. Es ist eine sehr große Prism-Facilie. Diese Menschen haben sich ausgeliefert. Und einige von ihnen fliehen zu Manhattan. Sie sind sehr wunderschöne, wunderschöne Menschen. Dann haben wir die Kleners. Die Kleners sind eine Gruppe von sanitätsarbeitern. Sie waren dort aus dem Beginn, verletzten zu arbeiten, mit der Beobachtung der Böden. Und an dem Punkt, als die Regierungen verletzten, und sie nicht mehr in Ordnung bekommen haben, sie entschieden für sich, dass die einzige Weg zu Hause ist, wenn wir diesen Virus töten. Sie werden die Menschen in der Welt verletzten, die sie denken sind, oder die sind, die sie denken sind, die in New York City sind alle. Sie denken, dass sie das für die größte Gooden machen machen. Ich finde sie besonders gefährdet, weil sie ihre Messer sind. Ich denke, in realen Leben, es gibt viele Menschen, die Atrocities verletzten, für was sie glauben, das größte Gooden ist. Das ist ein fundamentales Bedürfnis von Menschen, dass wir uns anderen Menschen anschließen. Das erfüllt zum einen die Funktion, dass wir uns zugehörig fühlen, dass wir aber auch ein Stück weit Identität aus Gruppenzugehörigkeiten ziehen. Der andere Nutzen ist auch noch ein rein materieller Nutzen, dass man geschützt wird durch eine Gruppe, dass man möglicherweise auch gemeinsame Ziele einfach besser erreicht. Dann werden die Gruppen versuchen, ihre Bedürfnisse, die sie haben, auch nach außen hin zu erfüllen. Und dann möglicherweise stoßen sie auf andere Gruppierungen, die zum Beispiel bestimmte Ressourcen wie Wasser, Nahrungsmittel haben. Und dann ist es durchaus vorstellbar, aufgrund dieses Ressourcenkonflikts, dass es zu Konflikten zwischen Gruppen kommt. Relative Deprivation beschreibt den Zustand, dass wir uns nicht nur um unsere Bedürfnisse kümmern. Es geht dann über diese fundamentalen Bedürfnisse nach Nahrung, Wasser, Luft hinaus. Nämlich dann, wenn es um ein bisschen mehr geht, was man haben möchte. Da vergleicht man sich links und rechts. Und wenn es eine große Ungleichheit gibt, im Vergleich zu anderen Gruppen, die um mich herum sind, dann führt das möglicherweise auch zu Hintergruppenkonflikten. Kolumbien. Guerilla-Milizen tragen den Krieg vom Dschungel in die Städte. Immer häufiger wird die Zivilbevölkerung in die Konflikte gezogen. Nigeria. Erfolgreiche Einsätze gegen die Terrororganisation Boko Haram. Einen erheblichen Anteil haben südafrikanische Söldner, die einst die Apartheid verteidigten. Missouri, USA. Eine militante Bürgerwehr setzt Lösegeld für einen Polizeioffizier aus. Die Black Rebels wollen Gerechtigkeit für einen erschossenen Teenager. Nehmen so Milizen, wo es möglicherweise wirklich unmittelbaren eigenen Schutz, Sicherheit geht, auch der Familie so mal als Überlegung, oder auch der Bedürfnisbefriedigung wie Geld zu bekommen, Nahrung zu bekommen, dann sind das ganz andere Bedürfnisse, die da befriedigt werden, die man sich dann anschließt, warum man sich solchen Gruppen dann anschließt. Bei diesen Schutzwehren sind möglicherweise, wie es bei allen Gruppen der Fall sein kann, möglicherweise Machtbedürfnisse dahinter. Milizen, auch paramilitär genannt, gibt es in unterschiedlichsten Formen. In vielen Ländern sind sie sogar den Innenministerien unterstellt. Oft sind die Gruppen aber auch einer kriminellen oder mafiösen Organisation zugeordnet. Ihre Mitglieder sind meist militärisch ausgebildet und stark bewaffnet. Sehr häufig agieren Milizen völlig außerhalb der Legalität. In einer Situation, in der die Infrastruktur und all der Ordnung und Logik der Welt, wie man weiß es, ist weg, dann ist es natürlich für einige Menschen nach einem Ort auf dem Platz, zu erzeugen, zu erzeugen, zu erzeugen, zu erzeugen. Es gibt viele Menschen, und ich denke, wenn sie alle zusammengekommen haben, und sie hatten Weapons und Training, dann wäre es ziemlich gefährdet. Und die Macht abhorsen, dann wäre es eine Vakuum. Es ist einfach so, wenn es jemanden abhorsen, dann wir in die Lage nehmen, dann wir in die Lage nehmen, und wir machen die Welt in die wir immer in die Lage waren, aber wir konnten nicht vor, weil sie uns stoppen haben. Das ist unsere Chance zu haben die Ideologie die wir immer in die Lage haben, denn es gibt keine Regierung mehr, es gibt niemanden in die Richtung. Ich denke, wo es eine destabilisierte Regierung ist, wo es eine Civil War ist, oder es gibt eine Faktion, eine Art Tribal. In der Welt von The Division haben Milizen das Sagen in Manhattan. Die Machtverhältnisse haben sich gedreht. Männchen hat, in der Geschichte, zwei große Angelegenheiten, wenn wir es so sagen. Einer ist die Angst, die Angst zu sein. Die Angst zu sein, die Angst zu sein. Die Angst zu sein, insbesondere wenn wir in Gruppen sind. Die andere große Angelegenheit zu der menschliche Gesellschaft ist die Machtverhältnisse. Wenn niemand in der Lage ist, viele Menschen versuchen zu stecken, um die Machtverhältnisse zu nehmen. Das ist das, was wir sehen, mit paramilitären Fakten in den Bereichen, wo es nicht funktionierend ist. und unser Spiel ist nicht anders. Das ist, weshalb der Agenten ist wichtig. Es ist wie eine famous Quote, die heißt, man hat beide eigene oder andere. Das ist meistens wie es ist. Jemand wird Machtverhältnisse, wenn sie es kann. Eine ominöse US-Agentenorganisation als letzte Hoffnung. Eine neu geschaffene Eingreiftruppe soll die Ordnung wiederherstellen. Meine persönliche Hoffnung ist, dass Menschen verstehen, wie fragil unsere Gesellschaft ist. Ich denke, viele Menschen nehmen viele Dinge vorgesehen. Aber in den vergangenen auch, wie zum Beispiel die Flüchtlinge, wir haben gesehen, was passiert in Syrien, kann es sehr schnell passieren. Und dann, die Gesellschaft nicht immer reagieren, wie wir denken. Ich denke, es ist ein für viele Menschen, zumindest ich hoffe, so. Eine wichtige Lehre wäre, zu beteiligen, zu beteiligen, zu beteiligen, zu beteiligen, zu beteiligen, zu beteiligen, denn die Gesellschaft ist von Menschen. Und wenn wir nicht beteiligen, dann fällt alles fallen. Wer rettet die Welt, wenn die Ordnung zusammenbricht? Sollte das Unfassbare passieren, klammern wir uns an eine Hoffnung. Die Hoffnung, dass wir darauf vorbereitet sind. Die Hoffnung, dass wir uns an die Welt sehen, dass wir uns an Neue Inhalte zuerst auf Xbox.